Darf man seinem Pflichtgebet ein zweites Mal als Nafila-Gebet beten? Das darf man. Und der Beweis ist, dass eines Tages beim Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam eine Person gebetet hat und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wer spendet für ihn. Und was war mit der Spende gemeint? Das Gemeinschaftsgebet. Also wer schließt sich seinem Gebet an? Wer schließt sich seinem Gebet an? Und warum jetzt hier eine Spende? Damit diese Person den Lohn bekommt für ein Gemeinschaftsgebet. Aber hier eine sehr wichtige Sache. Wenn eine Person jetzt beispielsweise ein Gebet verrichtet hat, ein Pflichtgebet. Und sie hat das Pflichtgebet verrichtet. Und jetzt kommt eine andere Person und fragt, hast du das Gebet verrichtet? Sie sagt, nein, komm wir beten es zusammen. Dann kann man das machen, aber es ist ein Sunna-Gebet und dann darf man nicht vorbeten. Dann darf man nicht vorbeten, sozusagen das Asr-Gebet, wenn du es nochmal verrichtest, dann betest du hinter dieser Person. Das heißt, diese Person, oder neben der Person, wenn sie allein ist, diese Person ist also dann der Imam. Na'am. Musik